Diese geführte Meditation ermöglicht es dir, alles zu manifestieren, was du dir wünschst. Du solltest diese Meditation machen, während du alleine und ungestört bist, weil du dich nur dann zu 100% fokussieren und fallen lassen kannst. Wähle nun dein Ziel oder deinen Wunsch aus. Was möchtest du haben? Was soll für dich Realität werden? Fokussiere dich auf einen Wunsch. Du kannst diese Meditation so oft wiederholen, wie du möchtest. Wähle aber jedes Mal nur ein Ziel oder einen Wunsch aus. Wähle nun deinen Wunsch. Bist du soweit? Gut. Mach es dir jetzt bequem. Wir werden deine Energie nun sammeln und auf die Verwirklichung deines Wunsches fokussieren. Mach dir bewusst, wie du dich fühlst, jetzt in diesem Moment, sowohl körperlich wie auch geistig. Atme nun tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Sei voll und ganz in diesem Moment. Alles was wir erschaffen, erschaffen wir jetzt in diesem Moment. nicht in der Vergangenheit, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, in diesem Moment, hier und jetzt. Atme noch einmal ein und entspann dich völlig, während du ausatmest. Atme sanft ein und lass die Luft jegliche Anspannung aus deinem Körper tragen, während du ausatmest. Atme langsam und sanft weiter, während dein Körper immer entspannter wird. Tiefer und tiefer, völlig entspannt und ruhig. Verabschiede dich für die nächsten Augenblicke von der Welt, wie du sie kennst. Lasse sie los. Wenn du zurückkehrst, wird sich die Welt zum Besseren verändert haben. Atme ruhig und entspannt weiter. Stelle dir nun einen Strahl leuchtenden Lichts vor, der von oben in deinen Kopf eintritt und das Energiezentrum in deinem Geist öffnet. Stell dir vor, wie das Licht stärker und leuchtender wird und dein Kopf mit positiver Energie füllt. Du fühlst, wie dieser Leuchtstrahl positiver Energie deine Wirbelsäule entlang wandert und alle Energiezentren in deinem Körper öffnet. Fühle es und spüre es. Konzentriere dich nun auf diese Energie. Fühle die Energie. Spüre, wie die Energie wächst. Erhöhe die Energie weiter und weiter. Fühle deine Energie. Fühle dein Licht. Spüre die Reinheit deiner Gedanken. Fühle deine Macht, deine ureigene Kraft. Fühle die Liebe, die dich umgibt und die dein Körper ausstrahlt. Fühle die Freude. Spüre die Freude. Intensiviere diese Freude. Lass deinen Körper in dieser Freude aufgehen. Lass deinen Körper diese Freude ausdrücken. Entspann dich einfach. Entspann dich und genieße diese Freude. Konzentriere dich nun auf dein Herz und spüre die Liebe. Fühle diese Liebe und fülle den Raum mit Liebe. Spüre nun, wie diese Liebe stärker und stärker wird. Wie sie wächst und wie sie dein Körper füllt und weit darüber hinaus in den Raum, in die Welt ausstrahlt. Fühle nun die Energie deines Wunsches und spüre, was dein Herz will. Was ist dein Traum? Spüre es jetzt. Wie fühlt es sich an? Spüre deinen Wunsch. Was fühlst du? Jetzt genau in diesem Moment erwächst du deine innere Kraft und entfaltest dein wahres Potenzial. Du weißt, dass deine Macht von deinem Glauben kommt. Indem du daran glaubst, erschaffst du es. Werde dir dessen jetzt bewusst. Nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit, sondern genau hier und jetzt. Was du willst, kommt ganz einfach auf dem schnellsten Weg zu dir. Es wird durch die positive Energie, die du aussendest, erschaffen. Es passiert genau jetzt. Die positive Energie, die du ausstrahlst, kommt auf den besten und wundervollsten Weg zu dir zurück. Denn das, was wir aussenden, wird zu unserer Realität. Werde dir bewusst, dass alle Umstände, Personen und Gegebenheiten in deinem Leben sich bereits jetzt verändert haben. Glaube daran, dass es passiert. Sei weiter ruhig und entspannt. Atme ein und aus. Jeder deiner Gedanken hat seine eigene Frequenz. Alles wird durch Energie erschaffen. Du sendest nun die energetische Frequenz deines Wunsches aus, weil du genau weißt, was du willst. Nichts ist wichtiger, als dich auf das zu konzentrieren, was du willst. Du musst verstehen und daran glauben, dass du deine Zukunft in diesem Moment erschaffst. Fühle, wie es bereits jetzt hier ist. Fühle, wie es erschaffen wurde. Sehe es, spüre es, fühle es, stelle es dir bildlich vor. In diesem Moment, nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt und hier. Das Gesetz der Anziehung wirkt und bringt deinen Wunsch in dein Leben. Dieses Gesetz wirkt immer mit mathematischer Präzision. In diesem Moment zieht es deinen Wunsch magnetisch an und bringt ihn zu dir. Vertraue darauf. Das Gesetz der Anziehung wirkt immer zu 100%. Was immer du aussendest, findet sein energetisches Gegenstück und wird in dein Leben gebracht. Du musst nicht darauf warten. Es ist jetzt bereits hier. Lass es jetzt passieren. Jetzt, in diesem Moment, ist es bereits real. Du brauchst nicht zu hoffen und auch nicht darum zu bitten. Es ist jetzt schon hier. Du musst es nur fühlen, spüren und darum wissen. Genieße nun einfach die Verwirklichung deines Traums. Es fühlt sich gut an. Ist es nicht schön zu wissen, dass du haben kannst, was du willst? Akzeptiere es nun und erlaube es in dein Leben. Wie fühlt es sich an, genau das zu haben, was du willst? Erschaffe dieses Gefühl. Spüre es jetzt genau in diesem Moment. Freu dich darüber und lasse diese Freude größer werden. Sei dir gewiss, dass es real und zu 100% wahr ist. Kehre nun zu deinem Herzen zurück und spüre den Frieden und die Ruhe. Es fühlt sich wundervoll an zu wissen, dass dein Traum Realität ist. Sammle diese Energie nun und konzentriere sie in deinen Füßen. Spüre, wie die Energie langsam in deinem Körper aufsteigt. Hoch in deine Beine, weiter in deinen Bauch, in deine Brust, in deinen Hals, in deinen Kopf, zwischen deine Augenbrauen und spüre nun, wie die Energie oben aus deinem Kopf entweicht. Spüre die Wucht dieser Energie. Sie ist eine machtvolle Bestimmung, eine liebevolle Absicht. Fühle, wie diese Energie ins Universum ausstrahlt. Sei dir bewusst, dass deine Absichten und Wünsche machtvoll sind. Sei dir gewiss, dass du alles erschaffen kannst, was dein Herz sich wünscht. Sei dir bewusst, dass du immer sicher und beschützt bist. Kehre nun zurück in deinen Körper. Bewege deine Finger, deine Zehen, deinen Nacken und deinen Kopf. Du wirst gleich deine Augen öffnen und wissen, dass dein Wunsch nun Wirklichkeit ist. Öffne deine Augen. Du fühlst dich frisch, ruhig und erholt.